Wir finden unsere Viertausender Konzerne von Schlöpfen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Bremen. Toten Hosen sind schon sehr laut, obwohl sie Akustik spielen. Wir freuen uns, das Wetter ist nach wie vor klasse. Die Bühne ist ganz schön riesig groß. Hoffentlich verlaufen wir uns nicht. So, jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen um, oder? Moin. Surftet ihr gestern schon ran, so ein bisschen? Wackenauern. Echt? Und, war gut? Ja, als Punk-Uk-Band war ganz nice, zwischen den ganzen Metal-Labs. Na, surft spontan. Aber gut. Surfen wir schon wieder weg. Ich würde gerade sagen, wir haben ein bisschen mehr Kram mit euch hier. Das war nur eine Vermutung. Wir können ja auch einziehen. Nur ein bisschen zu viel Platz. Jetzt? Was? Bei mir auch. Was ist los? Was habt ihr gemacht? Gar nichts. Nee, ihr seid auf unserer Bass-Frequenz. Das erklärt einiges. Ja. Tweet. Kleiner Gag mit der Support-Fan. Ja, richtig richtig. Aufbruch. Komm, Eric, zeig es. Hier ist B. Da ist A. Wir machen jetzt eine Tour. Die A-Tour. E-Gatz. E-Gatz. Wir dürfen nicht weitergehen. Wir müssen warten. Ja, ganz schön viele Sekos hier auch. Das ist Wahnsinn, Eric. Ich will nicht sagen, wir haben die letzten Jahre immer davon geträumt. Weil jeder kleine Mensch, der ein Musikinstrument in der Hand hat, denkt irgendwann darüber nach, wie ist das denn mal auf so einer riesigen Bühne zu spielen? Muss man dafür so schnell gehen? Ich gehe große Schritte. Toll, Eric, jetzt hast du mich unterbrochen. Das war gerade so emotional. Hättest du mal was gehabt von mir? Denn so viele Menschen. Gerade geht noch. An Tagen, wo man nicht aufgeregt wird, wird meistens schlecht. Schlecht will ja keiner sein. Auf der anderen Seite, so wie ich gerade merke, dass ich wieder in den Redefluss komme, bin ich vielleicht doch aufgeregt. Das weiß man halt nicht so. Ich habe mein Getränk verschüttet. Ach, Eric. Ich weiß nicht so ganz, wie sehr ich aufgeregt bin. Aber auf jeden Fall sehr. Schränk mir kurz um zu Dom. Ich sage ja mal so. Ich sage ja mal so, an stumpfen Messern verletzt man sich mehr als an... Hier, das ist ja dumm. Eher vorfreulich sehr. Und ich habe Lust auf ein Bier. JP, das ist irgendwo noch ein Bier gerade. Teilen wir uns das? Immer willst du meine Sachen trinken. Ich teile alles mit dir. Hotelzimmer. Und dann willst du kein Bier mit mir teilen? Hab dir gestern deine Cocktails bezahlt. Oh, stimmt. Ja, wir teilen uns das Bier. Letzten Schluck. Unser Heimatstadt. Begrüßen Sie an Wieserbaus und sind aus. Lass uns auf. Die Ratscheid. Jede einzelne Sekunde. Jeder Sport. Egal wie laut. Unsere schöne neue Welt. Ist aus Glas gebaut. Und vieler hinzu. Vieler hinzu. Ich weiß es genau. Geil. Und schwusch. Ein Recap. Ist wahr. Mega. Ja, musst du auch mal machen, ne? Kleine Bands unterstützen wir ja seit jeher. Und das ist ja auch ein persönliches Ding. Und es sieht ja auch Freunde aus Düsseldorf. Viel Spaß. Und Düsseldorf, Einer von der Köln. Hier kommt Arik. Arik, das bist du. Das ist dein Zorn, ey. Das ist dein Zorn, ey. Tschüss. Nachdem wir das geklärt haben, ja, der Abend ist offiziell beendet. Also, was jetzt passiert und wie es war, die Antwort ist, ja. Das ist dein Zorn, ey. 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 Vielen Dank.